Jo Freunde, willkommen zu einem neuen Video, wo ich euch hier wieder den neuen Shop vorstelle. Der hat sich heute auf beiden Seiten geupdatet. Wir haben ja wieder diesen Feuerläufer, diesen Feuerskin drin. Ansonsten, ja, haben wir nämlich so viele neue Sachen drin. Diese John Wick-Items, die ja gestern im Laufe des Tages in den Shop kamen. Ich hab euch ja auch gestern ein Video dazu gemacht. Ähm, sind immer noch drin. Ansonsten haben sich hier nur drei, nee, vier Slots geupdatet. Ich stelle ihn euch natürlich trotzdem vor. Fangen wir nämlich an mit dem John Wick-Skin. Ziemlich geiler Skin, ich feiere ihn sehr. Hat ja zwei verschiedene Styles und auch noch einen Backpack auf dem Rücken. Den Backpack finde ich jetzt nicht so krass. Aber der Skin ist aber auf jeden Fall richtig geil. Kann ich absolut empfehlen, den Skin. Und wie gestern schon gesagt, verschenke ich ihn auch wieder an euch. Das heißt, ihr könnt hier gleich hier 2000 Euro gewinnen. Alles, was ihr tun müsst, wenn ihr die gewinnen wollt, ist einfach nur ein Foto mir wieder davon schicken. Wie hier unten mit diesem Kopf unterstützte Snoxy steht. Also erstmal den Creator-Code Snoxy eintragen. Und mir halt auf Instagram ein Foto schicken, wie ihr hier Snoxy als Creator eingetragen habt. Auf Instagram heißt ich Snox. Können wir auch gerne dort folgen. Ja, dann haben wir noch als nächstes den Hammer drin mit diesem Sound. Und da schaut mal ein bisschen anders aus, was ich ganz cool finde. Dann, wie gerade eben schon erzählt, der Feuerläufer ist heute wieder da. Ich glaube, der war erst zweimal im Shop bisher. Also schon relativ selten. Ich glaube, zuletzt auch vor zwei Monaten. Aber so krass finde ich den Skin jetzt nicht. Ich habe ihn mir nicht geholt. Vielleicht, wenn ich es dazu noch irgendwie so einen Flammen-Backpack gegeben hätte. Das hätte ich ganz cool gefunden, wenn es so einen Feuer-Backpack geben würde. Aber so habe ich mir ihn jetzt noch nicht geholt. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den so findet. Dazu gibt es dann noch diese Hacke, der Zornes-Schlag. Ja, mit diesem Sound. Ich mag das irgendwie nicht so, wenn die so extrem verziert ist. Aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Kommen wir schon zur rechten Seite. Wie immer könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Ganze hier gefällt. Jeden Morgen gibt es bei mir das neue Video. Also könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Falls ihr neu seid auf meinem Kanal, jeden Morgen gibt es hier mal das Video zum neuen Fortnite-Shop. Kommen wir erstmal zur Einsatzleiterin. 1.200 V-Bucks kostet sie und ich finde den Skin an sich schon mal ziemlich geil. Und sie hat auch noch einen richtig geilen Backpack. Und zwar zeigt er den Schaden an. Ihr seht es schon hier rechts. Die Farben laden sich quasi so auf. Je mehr Damage man macht, desto weiter wird es quasi geladen. Und das ist eine ziemlich coole Funktion. Ich mag ja solche reaktiven Backpacks. Dann wie gestern immer noch die Assassinen-Lackierung. Ist mal ein bisschen was Schlichteres. Dann den Ich-Sehe-Dich-Noch-Emote für 200 V-Bucks. Ja, auch relativ simpel. Dann noch den Marino-Skin für 1.200 V-Bucks. Mit dem hässlichsten Backpack der Welt. Also den Backpack finde ich gar nicht cool. Er ist eigentlich ganz chillig. Also er hat auch eine recht chillige Sonnenbrille. Dann haben wir noch dieses Einsatzmuster drin. Für 300 V-Bucks. Eigentlich ein ganz cooler Skin. Vor allem die Rifle finde ich hier ziemlich cool. So schaut das Ganze aus. Und dann als letztes noch den Kugelsicher-Emote. Vor allem wenn man diesen Skin drin hat, dann fallen die Kugeln ja wirklich kurz raus. Und zumindest in-game spawnen die dann gleich wieder. Wir können mal kurz schauen. Tatsache da. Kleines Easter Egg quasi mit diesem Style hier vom John Wick-Skin. Und jo, das war es dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wie gesagt, wenn ihr heute noch hier die 2.000 V-Bucks gewinnen wollt, einfach nur kurz in den Fortnite-Shop gehen. Und hier unten unterstütze einen Creator. Snoxie eintragen. Alle 14 Tage muss man das übrigens neu eintragen. Also schaut gerne mal nach. Tragt dort Snoxie ein. Und macht mir ein Foto davon. Und schickt mir das auf Instagram. Auf Instagram heiße ich viel gesagt Snox. Also wieder ohne das I. Und ja, dann freue ich mich auf eure Nachricht. Macht's gut und haut rein. Tschüss. Hey YouTube, what's going on? This is iTalk Fortnite. Back again with another ItemShop-Video. Today is May 24th, 2019. Hopefully you guys are enjoying your Friday. I know you guys are probably having a 3-day weekend because of Memorial Day. Hopefully you guys are chilling out and enjoying your weekend today. I'm excited for Shop. I'm expecting something new again. I'd be really surprised if Fishstick was gone again. We got a new emote. Okay, so Fishstick is still here, which is fine. Comes with a backlink Saltwater Satchel. I want as many people to get that skin as they can. Simply because it doesn't come out very often. Got the Slippery Wrap for 300 V-Bucks. They actually changed the price to 300 now. Got the Fish Face. Then we got the Fishy Wrap. So wait, I guess the rest of the set is gone. Okay. So if you wanted that glider, you're not getting that glider. Now Chomp Senior, Chomp Junior. And the Laser Chomp Glider. I got a new microphone. It's actually the wrong kind. So I have to send that back and get the right one this time. Taru is back. Great skin. Nara is back. Great skin. Great back blings as well. Gatekeeper. And the Flying Carp Glider. All right. Rapscallion is back again. We never see that skin. Tri-Star. We never see that harvesting tool either. New Cartwheelin' emote. And it's... It's just cartwheels. It's just cartwheels. Okay. Not traversal. Prismatic Glider. It's so colorful. Busy emote is back. You know what? I feel like I don't see this emote as much as I would like to see it. It's just a great emote. We never really see it. And the Garrison. Again, I kind of see him too often too. But that'll be it for the shop, guys. Hopefully you guys enjoyed. If you did, let me know to like, comment down below what you think about the shop, and subscribe for daily content. Have a great one now. See ya.